Ab dem Frühjahr surfen CableLink Kunden noch schneller im Internet, denn die Salzburger G erhöht die Bandbreite aller Internetprodukte. Wie das funktioniert und wie schnell sie in Zukunft unterwegs sind, zeigen wir Ihnen jetzt. CableLink erhöht die Geschwindigkeit aller Internetprodukte um 50 Prozent, die Preise bleiben allerdings gleich. Wir haben eine wirklich gute Nachricht für alle unsere Internetkunden. Wir erhöhen für alle um 50 Prozent die Bandbreite. Alle bleiben beim selben Preis und bekommen eine höhere Bandbreite. Das heißt zum Beispiel bei einem CableLink Extrem 20 Kunden, der hat dann einen CableLink Extrem 30 und das heißt vorher hat er 20 Megabits gehabt und jetzt hat er dann 30. Das ist möglich, weil die Salzburger G ständig das Netz ausbaut und verbessert. Warum ist das möglich? Weil wir sehr stark jedes Jahr in unsere LWL-Netze und in unsere Coax-Netze investieren. Warum machen wir das? Weil wir einfach den Kunden in den Vordergrund schieben wollen. Der Internetanschluss lebt durch die Bandbreite. Er braucht einfach eine hohe Verfügbarkeit und wir wollen einfach für jeden Kunden, das heißt von CableLink Light, vom kleinsten bis zum größten, der jetzt 150 Megabit hat, die Bandbreite zum Kunden einfach bringen. Die Geschwindigkeitserhöhung der Internetprodukte um 50 Prozent bringt natürlich viele Vorteile. Außerdem bekommen sie bei CableLink alles aus einer Hand. Weil man bei uns einfach alle Dinge aus einer Hand bekommt, weil man dieselbe Rechnung findet für Strom und fürs Internet, weil man den Service vor Ort haben kann oder auch in der Hotline und wir die verschiedenen Produkte einfach aus einer Hand anbieten. Und die Salzburger G hat bis zum Jahr 2020 so einiges vor. Also bis zum Jahr 2020 investieren wir jedes Jahr 12 Millionen Euro in den Breitbandausbau. Wir sind Partner des Landes Salzburg und versuchen jeden Haushalt, jede Schule, jede Firma im Land Salzburg fast zu erreichen. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie auch in den neuen Lebenslinien. Dort gibt es eine Tabelle, die Ihnen zeigt, wie schnell Sie in Zukunft mit CableLink im Internet unterwegs sind.